Herzlich willkommen in einem Videotraining zu Softwareinstrumenten innerhalb von Logic Pro. Mein Name ist Thomas Kretschmer, ich arbeite als Mediendesigner und Softwaretrainer und bin ein großer Fan der Audioproduktion auf dem Mac. Wenn Sie sich mit den Grundlagen der Audiobearbeitung und der Bedienung von Logic Pro bereits etwas auskennen, dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Training wollen wir uns nämlich mit der Formung von Sounds innerhalb dieser DAW, also Digital Audio Workstation, beschäftigen. Dabei möchte ich Ihnen ganz konkret den logischen Aufbau von Softwareinstrumenten näher bringen, die zu den Bordmitteln von Logic Pro gehören. Synthesizer wie ESM oder ES2, Sampler wie EXS24MK2 und Drum Machines wie Ultrabeat. Zugegeben, viele davon wirken beim Aufruf der Benutzeroberfläche auf den ersten Blick oft abschreckend, weil sie mit dermaßen vielen Buttons und Regeln daherkommen, dass man sich nur schwer orientieren kann. Anhand von Presets und eigenen Detailanpassungen tasten wir uns aber schrittweise heran und schrauben so gekonnt am gewünschten Sound. Gerade beim Finden Ihres eigenen Sounds sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und daher gibt es nicht nur einen, sondern sehr viele Methoden für diese Aufgabe. Trotzdem freue ich mich, Ihnen meinen Zugang vorstellen zu dürfen und hoffe, Sie haben viel Freude mit diesem Video-Training von Video2Brain.